Und damit herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo im Karrieremodus. So weiter geht's. Nachdem wir unser erstes layer abschlossen haben beim burning und lucy geht es nun weiter und zwar nach madagascar und zu meinen lieblings tieren den affen und danach bären schon schon so gespannt alles klar neu starten würde ich sagen oder alles klar neu starten mittel wie gehabt und los geht's ja ja boah guck mal wie schön madagascar willkommen auf madagascar ist etwas anderes als das alte trostlose england was naja bis auf das wetter der regenwald wird eben nicht ohne grund so genannt du wirst in einer auffangstation für affen arbeiten in der wir wichtige arbeit zur arterhaltung leisten dabei geht es nicht nur um affen sondern um verschiedene arten aber affen sind die nächsten art verwandten des menschen und doch werden sie behandelt nun sie werden behandelt wie wir auch einige angehörige unserer tatsächlichen verwandtschaft behandeln deshalb bin ich auch entschlossen hier etwas gutes zu bewirken wenn wir einen teil der welt in einem besseren zustand hinterlassen können als wir ihn vorgefunden haben hatte unser leben einen sinn ich hoffe nur das gilt nicht für mein zuhause bei dem chaos dort hätte mein leben sonst ganz sicher keinen sinn sehr schön hier etwas zu heiß naja das hier ist auf jeden fall bernies auffangstation für primaten neben primaten gibt es hier aber noch jede menge andere tiere wollen wir uns mal ein bisschen umsehen als erstes schauen wir bei den roten waris vorbei das sind die die aussehen als gehörten sie in ein stück von shakespeare geht richtig schön aus mit wasserfall und orgel wow weil diese erhöhten stiege da kann man sich vielleicht auch mal ein bisschen was abgucken den eigenen zu rote waris leben in den regenwäldern der mazuala halbinsel im nordosten von madagaskar sie werden 15 bis 20 jahre alt unglaublich oder schon kross ok wenn du bereit bist geht es weiter zu den boronio oran utans wir sind sehr aktiv das ist cool die sind nicht so langsam unterwegs wie viele andere tiere sondern die springen hier und hüpfen da das ist echt cool da guck mal ein kleines obis zu na du auf geht's zu den boronio uran utans wo sind die obis in 3g direkt und dann einander boronio oran utans sind wunderbare tiere ist noch eigentlich relativ groß immer echte besucher magneten und sie sind die größten in bäumen lebenden tiere der welt es sei denn du zählst doch löwen dazu die da oben festsitzen schau sie dir doch mal näher an rufe dazu das info fenster auf und wähle die tierkamera das baby ist großartig wenn du soweit bist schauen wir uns danach mal die monobus an die sind was ganz besonderes guck mal vollzügig unterwegs langsam klettern war cool ja affen sind doch super leister papa richtig cool so dann gehen wir jetzt zu den watt bonobos und natürlich hat sich einer der bonobos aus dem staub gemacht wir müssen ihn wieder einfangen vorher sollten wir aber die anderen bonobos in transport boxen stecken damit sie nicht auch noch ausbüchsen wähle die gehege grenze um das gehege info fenster aufzurufen habe ich gut jetzt wechsel zum reiter tiere klicke nun auf alle tiere versand fertig machen und die restlichen bonobos in transport boxen zu sperren die armen jetzt brauchen wir einen tierarzt um den entflohenen bonobo einzufangen der tierarzt hat aber gekündigt und zu einer forschungsreise aufgebrochen das ist nicht gut wir müssen dringend einen ersatz einstellen geh in den zoobereich und dort in die abteilung personalverwaltung dort findest du ihnen zu allen mitarbeitern jetzt ist aber nicht die zeit dir das anzuschauen stell einen tierarzt ein gut kümmern wir uns jetzt um den ausbrecher bevor er allzu viel chaos anrichten kann die tierwarnungen um zum entflohenen bonobo zu gelangen ja schon weit geschafft hier tierarzt rufen um den tierarzt zu holen damit er das tier fängt okay geschafft während sich der tierarzt um den bonobo kümmert sollten wir das gehege in ordnung bringen damit die tiere nicht noch mal ausbüchsen das richtig genau da ist die barriere kaputt da hat jemand offensichtlich nicht aufgepasst ja ersetzen wir diesen teil dann bearbeiten wir sie den kaputten abschnitt der barriere und ersetze ihn mit einem neuen bauteil das wäre erledigt die barriere einer klettersperre setzen damit die ohne wo es nicht einfach aus dem gehege klettern können achte darauf dass du den richtigen teil der barriere ausgewählt hast wenn du das machst ach warte rufe jetzt die optionen auf um festzulegen auf welcher seite die klettersperre angebracht werden soll und pass auf dass du es richtig machst die bonobos werden eher über die barriere klettern als die besucher die cool das wusste ich noch nicht dass es geht die bonobos schnellstens aus den transportboxen holen oder die armen tiere werden noch ganz traurig wenn wir sie zu lange da drin lassen wähle erneut die gehege umzäunung um das gehege infofenster aufzurufen scheinbar ist nicht nur der frühere tierarzt des zoos verschwunden sondern auch die techniker wir müssen neue techniker einstellen damit nicht noch mehr tiere entkommen techniker übernehmen verschiedene aufgaben im zoo die wichtigste ist aber die wartung der gehege umzäunungen wenn die techniker sie nicht instand halten nehmen die umzäunungen schaden und gehen irgendwann kaputt und dann turnen bald überall entkommene tiere durch den zogen wieder in den zobereich und dort in die abteilung personalverwaltung alles schon passiert man wir haben einiges erledigt oder das ganze gute arbeit ich hole mir mal einen kaffee ich glaube bernie will ich sprechen was tausend leute im zoo das wichtigste ist dass du dich schnell darum kümmerst bevor das tier noch klapotten stiehlt sie anzieht und dann verkleidet durch das haupttor nach draußen spazieren unsere tierärzte haben nämlich auch die aufgabe forschung zu betreiben so können sie beschäftigungsgegenstände zusätzliche informationen für bildungsobjekte bessere zuchtprogramme und besseres futter freischalten also futter für die tiere forschung allein reicht nicht um das essen in der kantine zu verbessern naja wie dem auch sei wie du siehst ist forschung ein wichtiger bestandteil des zugetriebs damit ein tierarzt forschung betreiben kann benötigt er ein forschungszentrum leider hat dieser zoo hier keines also lass uns ein solches zentrum bauen ich habe eine geeignete stelle dafür markiert die ist sicher aufgefallen dass an der stelle an der du das forschungszentrum bauen sollst schon ein gebäude steht aber keine sorge das gebäude dort ist nur ein rohbau wir können das neue gebäude also dort errichten wenn du das forschungszentrum auswählst und dann über den rohbau bewegst wirst du gefragt ob du es den bereits bestehenden gebäude hinzufügen willst doch klicke um das zu tun allerdings ist das forschungszentrum damit immer noch nicht platziert zuerst müssen wir es drehen damit es automatisch mit dem weg verbunden ist wenn wir es platzieren auswahl um ist alles klar ist doch falsch rum jetzt oder und das ist zu niedrig was hat geklappt ausgezeichnete arbeit mit unserem neuen forschungszentrum können wir unserem sehr schön direkt eine neue aufgabe zuweisen beachte dass tierärzte nur forschung betreiben wenn sie keine anderen aufgaben haben du kannst über das info fenster eines tierarztes zwar bestimmen um welche aufgaben er sich kümmern soll aber das ist jetzt erstmal nicht weiter wichtig lassen wir unseren tierarzt katas erforschen gehen den zoobereich und wähle dort veterinärforschung da du siehst dort eine liste aller im zoo vorhandenen tiere sowie alle krankheiten die potenziell auftreten können ziehe den tierarzt einfach über den eintrag kata um mit der forschung zu beginnen das war einfach nicht so darüber nachdenke ich glaube wir haben gar keine info tafeln oder lautsprecher beim gehege der katas lass uns dorthin gehen und ein paar aufstellen damit unsere gäste mehr über unsere pelzigen freunde erfahren können ich schwimmen und liebevoll macht dazu hier sind die flusspferde so mal gerade gucken wo ist denn jetzt da hinten ist das gehege hat das einst anderes platziere sie an der gehege umzäunung und zwar so hoch dass die gäste lesen können alternativ setzt du sie auf einen ständer hier stehen schon einer und da und dahinten ist auch schon einer eine gehege infotafel ob die leute stehen den hier auch spenden boxen ja müssen wir noch festlegen zu welchen tier informationen angezeigt werden sollen wähle eine infotafel aus um ihr info fenster zu öffnen dann gehst du aus dem menü cutter aus aber da wärst du sicher auch selbst drauf gekommen wenn du eine infotafel oder einen lautsprecher mit einem tier verknüpfst musst du darauf achten dass sich dieses tier auch in der nähe befindet das ist richtig und da wir die infotafeln haben sollten wir noch zwei lautsprecher aufstellen bei lautsprechern können die gäste einfach zuhören um mehr über das tier zu erfahren anstatt sich die information mühsam durchlesen zu müssen du darfst lautsprecher aber nicht zu nah beieinander aufstellen sonst verstehen die besucher den text nicht der vorgelesen wird das richtig kennt man ja jetzt müssen wir die lautsprecher nur noch mit dem cutter verknüpfen das geht genauso wie bei den infotafeln das ist so viel betrieb hier das wort nicht bei den lautsprecher rankommst reichweite klasse du solltest übrigens noch beachten dass infotafeln und lautsprecher strom benötigen damit sie funktionieren ohne strom bringen sie dir also nicht viel ja sehr gut scheinbar hat unser tierarzt die forschung zu den cutters abgeschlossen wir müssen jetzt die ergebnisse noch gar keine drin klicke dazu entweder auf die benachrichtigung oder doch dann wieder den bereich literinärforschung und schlafen so wie süß die forschungsergebnisse ab tierärzte erforschen das jeweilige tier nach abschluss einer forschungsstufe weiter wenn sie einmal in fahrt sind wollen sie vermutlich nicht gleich wieder aufhören nachdem wir jetzt etwas für unsere gäste getan haben sollten wir auch etwas für die cutters tun einige tiere wie die cutters haben ein kletterbedürfnis das bedeutet sie brauchen eine gewisse kletterfläche du kannst dieses bedürfnis stellen indem du einen kletterrahmen aufstellst finden wir aber erstmal heraus wie viel kletterfläche die cutters noch brauchen wähle einen von ihnen um ihr info fenster aufzurufen klicke dann auf den reiter gelände ach hier guck mal wie du siehst brauchen die cutters noch sehr viel mehr kletterfläche zum glück habe ich schon einen bauplan für einen kletterrahmen für dich du kannst den rahmen entweder so aufstellen oder selbst eingestalten tiere haben übrigens nicht immer nur ein kletterbedürfnis einige tiere brauchen zum beispiel wasser im gehege damit sie schwimmen gehen können man muss da wirklich sehr aufpassen ich glaube dass das hier noch das beste oder war eigentlich ganz cool so müsste sich das hier ändern warte muss doch schneller stellen um die klettern schon aber es ist noch nicht genug weiß muss wahrscheinlich hier hoch irgendwie was machen dann bauen wir da auch noch was hin und so kleine stangen größere stangen ich warte uns ausrichtung auf fläche auf ja genau so das ist ein toller kletterrahmen den werden sie garantiert liegen aber weißt du was sie noch glücklicher machen würde besseres futter aber das gilt vermutlich für uns alle nicht wahr du kannst besseres tierfutter durch forschung freischalten glücklicherweise haben wir schon welches für die cutters freigeschaltet also musst du nur dafür sorgen dass sie es ab sofort aufgetischt bekommen rufe jetzt das info fenster des geheges auf indem du das gehege der cutters auswählst soo 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 sollte es funktionieren ja sieht jetzt nicht toll aus aber kommen wir oben hin so wollen wir mal hier die cutters ausfällen worum ging es um futter oder sowas so gelände brauchen weniger sand umgebung dann sind auch alle ok lebensqualität er ist noch ganz jung super wie du siehst kannst du hier die futterqualität ändern klick einfach auf das drop down menü und wähle futter qualität stufe 2 das wasser im mund zusammen alles klar ein neuer kletterrahmen und besseres futter mann diese fiecher werden echt verwöhnt jetzt ist es an der zeit dass wir uns um eine der wichtigsten aufgaben des zoos kümmern tiere in die wildnis zu entlassen wenn wir das gefühl haben dass ein tier bereit dafür ist können wir es in die wildnis entlassen aber woran erkennt man das nun zum einen ist das alter ein entscheidendes kriterium wir wollen schließlich keine jungtiere oder senioren freilassen außerdem muss das tier zeugungsfähig sein denn schließlich wollen wir dass sich die art in der wildnis vermehrt tiere mit gutem fruchtbarkeitsgen eignen sich also besonders aus dem alter und der fruchtbarkeit ergibt sich dann auch wie viele arterhaltungspunkte wir bekommen wenn wir ein tier freilassen alterhaltungspunkte sind sehr wichtig sie sind praktisch das lebens elixier deines zoos denn je mehr alterhaltungspunkte du hast umso mehr tiere kannst du aufnehmen und eine umso höhere qualität haben die neuen tiere behalte das immer im kopf und jetzt lass uns zum orang-utang-gehege gehen da habe ich schon mal gespannt wenn ich uns cool mit dem klettergehege oran utang finde bitte agon einen borneo orang-utan und wähle ihn im gehege an wer hat denn hier so lärm entweder die tiere einzeln anklicken wechselt im info fenster zum reiter tiere und willst agon in der tierliste aus wir suchen den mal so weil hier sind ganz viele jungtiere und das hier ist wahrscheinlich mehr das ist ist doch noch einer alt bleibst du wohl hier auch nicht aber hier ist noch einer klasse agon in die wildnis online der junge mal hier eine lebenszeit was gibt richtig art erhalts ich weiß es ist traurig dass er das ist richtig aber er wird es in feier wildbahn gut haben und er ist ein prima kandidat denn er ist jung kräftig und fruchtbar das war sehr gute arbeit du hast wirklich potenzial danke das ist er liebt wie ich sehe hast du deine hausaufgaben gemacht wobei man kaum von hausaufgaben sprechen kann wenn es um etwas so putziges wie katas geht in der schule weniger um mathe und mehr um mandrills gegangen hätte ich bestimmt bessere noten gehabt bisher haben wir uns nur um die gehegetiere gekümmert jetzt sind die die waren in tiere an der reihe ach ja machen wir zuerst ein neues wie marion gut ich habe eine stelle für unser neues wie marion markiert oberten wetter ich bitte die in england so hier kommt ein vivarium rein lass uns jetzt in der lücke ein neues wie es schon eins füge es einfach dem gebäude hinzu genau wie das forschungszentrum und platziere es dann in der lücke was hier ja die waren und was ist das unbetretbares vivarium das habe ich noch nie gesehen wie geil ist das denn richtig geil noch nie gesehen so das machen wir wieder hier rein so sehr gut als nächstes musst du ein tier für das vivarium auswählen sehr gut wie wäre es mit der gila krustenechse mit wem nimm über den vivarienhandel eine dieser echsen auf vivarienhandel gila krustenechse alles klar genau wie bei gehegetieren müssen wir auch die gila krustenechse dem vivarium zuweisen klicke auf das vivarium um sie dort hinzusetzen wenn du ein tier in ein vivarium setzt wird es automatisch passend für das tier eingerichtet das ist cool das heißt allerdings nicht dass alles perfekt ist also kümmern wir uns jetzt um den rest wo ist es denn als erstes fügen wir ein paar beschäftigungsobjekte hinzu klicke das vivarium an um das info fenster aufzurufen wohlbefinden 3 ach guck mal hier im moment sind leider nur beschäftigungsobjekte der stufe 1 freigeschaltet aber platzieren wir zumindest eins davon für die gila krustenechse und verstecken wie du weißt kannst du weitere beschäftigungsobjekte freischalten indem du deine tierärzte forschung betreiben lässt jetzt müssen wir noch die temperatur und die feuchtigkeit im vivarium festlegen das ist sehr wichtig wo ist sie denn klicke auf den reiter klima hier siehst du welche temperatur und feuchtigkeit die krustenechse bevorzugt du kannst beide einstellungen über die regler unten anpassen sorge dafür dass sich die echse richtig wohlfühlt sooo sehr gut jetzt müssen wir nur noch die einstellung für die fenster vornehmen wähle dazu den reiter fenster fenster du kannst jedes der vier fenster eines vivariums anpassen es kann geschlossen oder offen sein oder als zwei oder dreidimensionales hintergrundbild fungieren wieso probierst du nicht ein wenig mit den einstellungen herum ja hoch ne das nicht du kannst auch noch eine infotafel aufstellen auf der die gäste informationen zu dem tier finden lass uns das jetzt machen 2d fassade 3d fassade oh das ist cool das ist cool ok so was sollten wir jetzt machen der wieder nicht zugehört erhöht erhöhte bildungs achso ok die population moment nur ein männchen aber selbst das ist nicht zu sehen so eine infotafel es gibt extra so genau die varien infotafel zack und da müssen wir jetzt die krusten wechsel jetzt können die besucher mehr über unseren giftigen freund hier erfahren so jetzt habe ich eine größere aufgabe für dich ich will dass du die zahl der im zoo vorhandenen arten erhöhst ok du solltest dazu wie varien und gehegetiere aufnehmen und du wirst entsprechend neue die waren und gehege für sie bauen müssen dann mal los ich schaue wieder vorbei wenn du fast fertig bist das ist alles irgendwie so cool hergerichtet alles es ist wirklich alles sehr cool hergerichtet das sind wir wieder im Ura-Utan-Gehege so wo sind wir hier das ist gar kein Gehege doch das hier unten sind die Nilpferde die das hier sind was das sind die Bonobos oder so ne ach schau hier hinten da soll was hin da soll was hin oder so jetzt muss man mal gucken was genau unsere aufgabe ist halte dann zu mindestens zwölf tierarten neun haben wir alles klar ich brauche drei stück hier ist noch was frei könnte man noch hier ein vivarium reinstellen oder ein richtung hier vivarium hier vivarium genau so genau so genau so genau so das hier kopieren wir stellen das mit dahin zack holen wir noch ein tier das vivarium was ist das eine schabe eine schabe bei vivarium aufbewahrung ist nichts nämlich hier überhaupt nicht aus riesenvogelspinne vogelspinne froschkäfer großes wandelndes blatt ist das nicht hier auch copedia vivarium irgendwas lustiges ein oxolot necken feuer salamander gelbe anaconda julia frosch ich glaube die sind relativ groß leguan noch ein leguan scorpion geprüft oder oder eine klappe schlangen klappe schlangen sind auch ist das große wandelnde bleibt aber dass sie natürlich richtig cool und hier irgendwie zusammen wenn ein eigentlich nicht mehr diese abgott schlange die sind glaube ich auch ziemlich ehrlich nehmen wir mal eine vogelspinne so kann man hier einfach so auswählen ja aber so war das annehmen müssen wir hier machen wir hier machen aktualisieren vogelspinne britannische rotknie vogelspinne bestätigen aber so klar jetzt hier von welche auch so klar italianische vogelspinne ich kenne nicht viele italianische wanderspinne sind nur bestimmte sachen oder was hier so ein insel leguan aber dann nehmen wir ein weibchen und ein männchen wir machen das folgendermaßen so davon haben wir doch gerade schon ein männchen ein weibchen müssen die hier drin sein an zu senden zack die kann man wenigstens sehen hier die kann man wenigstens sehen hier füllen zum klettern da rein temperaturen wollen die haben zwischen 26 und 31 da ist die mitte irgendwo so bei 26 31 20 29 grad und luftfeuchtigkeit zwischen 15 und 60 wäre 55 wenn die sich wohlfühlen anpassen das ist das falsche da können wir noch eine 3d fassade ach nee das wollen wir nicht leer wollen das ja bei 1 h bei 2 haben eine 3d fassade machen wir hier auch die fassade war auch eine 3d fassade und dann machen wir hier auch und da machen wir auch und da ist schon und die hier ach cool sogar mit wasserfall das ist richtig sehr gut so jetzt haben wir die erste jetzt kommen wir noch so ein richtung hier so warte mal ausrichten ja so wollen wir uns nicht machen ja warte noch positionsausricht zack muss einrichten so sehr cool er zieht halt die leute nicht so an wie viele andere sachen aber wenn wir dann irgendwas hinbauen werden die leute vorbeigehen und sich das auch angucken alles klar so wie wir gleich oder später neue ihre hier zufügen das sehen wir dann in der nächsten folge und ich bedanke mich fürs zusehen und wenn ihr wollt könnt ihr gerne abonnieren wenn ich es bis hierhin sowieso geschafft habt dann passt ihr nämlich auch nicht die nächste folge vielen lieben dank fürs zusehen machts gut büß Untertitelung des ZDF, 2020